Willkommen Leute zu GTA Online Ihr mit einem lovely potato Anstatt mal runter zu zählen, ne? Übel, Alter Ihr habt doch beide schon angefangen, also Was geht? Moin Nochmal zählt mal runter, du Arsch Okay, 3 zu 1, los geht's Das ist nicht E Dicker Was ist das nicht E? Was ist denn das für ne Taste? Weiß ich nicht, nochmal Alter Was geht hier aus? Machen freigegeben, töte ihn Dicker Doch eh Ach, du musst warten ein bisschen, ja toll, das bringt dir in der Luft gar nicht Scheiße, oh fuck, oh fuck Oh nein, ich land auf dem Kopf, nein, nein Überlebt Ja, ich hab auch überlebt Ich bin auf dem Dach, ich bin nicht auf dem Dach, ich bin auf dem Container Oh mein Gott, was ist das für ein Start Alter, oh Wo bin ich? Ich komm hier nicht raus Da bist du Dylith, was lädt schon auf den Maps runter? Was, Alter Was ist das für ne Web? Wo ist der nächste Checkpoint? Ich muss F drücken, ich kann nicht mehr, wenn man am Strand ist, der nächste Ich komm nicht mehr raus hier Oh, da kommst du Nein, du hast dich voll erwischt Ich bin wieder ganz oben Nee, ich werde den Letzter Oh jetzt Beschleunigung von oben Ja, das bringt dir auch nichts Alter, mein Auto ist so kaputt Oh GTA ist so witzig, Alter Nicht Alter, ich bin viel weiter jetzt geflogen Oh, irgendwas ist daran in die Luft gegangen Ja, war der Plan Ey, mein Auto sieht so scheiße aus, ich hab mich schon dreimal Überschlagen? Ja Mann, Digga, jetzt geht's los, jetzt bin ich bereit Alter, was geht mit euch Leute, ich bin wieder unten am Strand Ich bin doch schon richtig bereit am Strand Ja, wir sind auch schon durch die zwei nächsten Checkpoints gefahren Okay Ich bin schon im Wald, Digga Ja, ich folg dir Es wird hier richtige, ja ich werde Letzter Boah, Digga Ist da Kieler im Heben, oder? Ist hier behindert? Die Bahn ist voll den Swag am Heben, Alter Oh ja, richtig am Stüssel haben, ey Was? Alter Was denken die sich so? Ach komm, machen wir mal hier so eine richtig Behinderte Ey, mach wir mal die beste Landeposition, die es gibt Die es gibt, ein Bahnhof Weißt du? Ne, du, das ist total realistisch Es ist in einem Kilometer über der Luft zu starten, ne? Weißt du? Alter, was ist hier das Ende, Alter? Ich bin schon das dritte Mal jetzt im Kreis gefahren hier Wo ist das Ende? Ich bin durch Ja, ich werde, ähm Oh ey Was für eine Map Die war Killer, die muss ich sagen Die war B3 Du standest in der Luft Landest irgendwo im Nirgendwo Musst dreimal im Kreis fahren und bist da Vor allem, ganz ehrlich, GTA hat sich hier grad gar nicht gelohnt Also Na gut, das war die 2 Minuten 31 Gut, das war die kürzeste Folge, die wir hier hatten Ich hab auch schon 9 Minuten vorher aufgenommen Ich hab 7 Minuten vorher aufgenommen Ich hab 7 Minuten vorher aufgenommen Musstest du cutten, Alter Also jetzt 7 insgesamt Ja, ihr Wichser, Digga Ich hab auch noch auf mich gewettet, ihr Wichser Nice, Alter Gefällt mir wirklich gut Gefällt mir wirklich gut Warum trägt dein Charakter überhaupt Bart? Du hast doch gar keinen Aber ich lass mich dann wachsen Lass zufällig machen, bevor es cool war Zufällig Ne, zufällig Alex denkt sich, fuck the system Kanal von 3 oben rechts Ja, zu spät Bestimmt kommen wir jetzt nicht in die selbe Lobby, Alter Ja Die 3 Stunden leben, meinst du? Ja, erstens da so ne Ne, passt auch Wenn ich auf ne Map geklickt hab Ne, auf zufällig Ne, da kommt man eigentlich an die gleiche Kann auch sein, dass jetzt der Host wechselt, ne? Ja, ich würd gern hosten Weil mein Internet mehr Swag hat als euers Bitch Post auf Abruf Mach easy going hier So, gut Wieder der Arthard Arthard Nicht in Retard, sondern Das ist ne Quest, wa? Ja Ja, seht ihr? Oh man Geht los hier Der Typ hat Ich würd gern noch Munition kaufen Ne Ne, vergiss es Mann, niemand interessiert sich für den Scheiß Dillin, welches Leitbeschutz eigentlich? 13 Lassig Lassig Digga, was hast du für ein beschissenes Auto? Das ist mega geil Digga, was geht denn hier ab? Müssen wir uns die töten? Ne Ja, mit Baseball-Schläge Das ist bloß so eine Pistole, Alter Alter, was geht? Nimm mal schon Headshots zu zeigen Wo ist denn der Wagen? Hier Das ist knapp, Alter So, ich hab das Auto So, warte, warte, ich steck ein Warte Ja, komm, komm, komm Schneller Schneller Ich fahr ihn um Den Sau Den Sau Junge Du weißt das wie das so, ne? Warum schießt du auf uns? Ich schieß doch gar nicht Warum schießt du auf uns, Mann? Warum schießt du auf uns? Schießt Ja, schießt Das ist Schwäbisch Schwäbisch, ein? Das ist Hurensohn, nicht Schwäbisch Schwäbisch, ein? Schwäbisch, ein? Wer hat in seinem Scheiß 7 Jahre Part hier berlinerisch geredet? Du oder ich? Berlinerisch, ein? Wer ist 7 Jahre Part, Alter? Was guckst du meine Videos an? Ja, Digga Wir haben uns von Anfang an gesagt Kein Pushing Kein Pushing durch Videos gucken, Mann Ja Wo ist der andere, Buster? Meine, meine Felge Wer von euch beiden hat wieder meinen Reifen weggeschossen? Super Ne, ernsthaft hat Alex eben auf mich geschossen Du hast meinen Reifen getroffen, du Mistgeburt Der andere, Alex Ja, ohne dass den ich hochgezogen hab, ne? Der mittlerweile wieder vom Tiefweg gegangen ist Alter, was für ne easy-ass-fuck-Mission Alter, ich bin da Ja, das sind diese Anfangsmissionen, die noch voll einfach sind Hey Ich muss da rein Bitch, get out, hey Ich muss da rein, Digga Easy Bitch, Sieg Alter, was für ne Kette, Alter Ich? Ja, der, der, ja, du Ja, ich hab eigentlich auch noch Ohrringe an Hast du nicht mal Tattoos gehabt? Doch, hab ich Bei mir sind keine Oh, Isaac Ich meinte, der Farbige, meinte ich Wie der Co? Mega Mission, ähm, Geld hier, ne? Ja, übel Gab ja richtig viel 5.000 5.000 Davon, davon kaufe ich mir jetzt nichts Das, das, das reicht nicht mal für meine, äh, für meine Munition in der nächsten Mission, ne? Äh, äh, das Marktführermann Komm, eine Mission, eine Mission kriegen wir immer auch noch Ja, da kriegen wir noch rein hier in die Luzi Nice Geht auch rein, das ganze drum und dran Jetzt neu, Personal Defense Weapon, PDV Neue taktische Auswahl Es gibt, es gibt übrigens ne Apple Watch, ne? Ja, ne iWatch Hast du behindert? Ne, ne, ne Flutwatch Komm, trete bei Und los hier Anfangs war der Bullpup-Gewer, Digga Los geht Leichte Panzerung Und weiter Startet das Spiel, du Figaro Ja, das war gut Oh ja, piepen Wer, Alter? Was piepst du, Alter, Junge? Wattest du hier, äh, 12, oder? Ich möchte jetzt richtig serious Ey, warum, warum ist dein Auto jetzt nicht auf meinem? Und warum steht mein Auto ganz hinten? Alter, guck, der hat ne Karre aus Chrom, geh weg aus meinem Auto, Alter Der steig doch ein und fahr, Digga Alter, wie? Ey, der Schwarze, ey, er fährt mich über! Ich bin tot! Er hat mich einfach überfahren! Guter Mann, guter Mann Wie viel? Heftiger Heftiger Shit, Teamleben, Null Danke Jetzt ist es noch schwerer Digga, ich hab nichts gemacht und er fährt mich einfach um! Was hat das jetzt für'n Sinn, Alter? Oh, nailed it, Alter Aber richtig Das war richtig gut, Alter Richtig nice Oh, die, die, äh, wissen, dass wir da sind Das sind schon einige, ne? Hier, Leuchtpistole Ich komm jetzt, ich komm jetzt dann auch hinterher Leuchtpistole Ich komm jetzt auch mal hinterher, ohne Witz Wo sind die denn da? Alter, Neger, weißt du, das ist so asozial Der Typ fährt mich um, fährt 500 Meter weiter Bleibt stehen, er schießt sich Ist doch geil Digga, ich bin da, ich bin da Lappt bei euch Lappt, Lappt, Digga, ich bin da Oh, wo ist denn hier einer? Da, 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 an der Seite Oh Habe ich nicht gesehen Oh, wir campen welche Oh, wir campen totbar Ja klar, komm mitten in der Mission einfach mal Wechseln, oder? Ich bin tot Dein Ernst, Alter Ich bin nicht gestorben, nein Low Level Alter, ich krieg Schaden Ach, okay, bei den Missionen ist es so, dass du jetzt zuschaust, ja, stimmt Oh nein, ich will nicht zugucken, Digga Scheiße Ey, wir kriegen grad Überschen Da ist einer, da ist einer Dillith Du kannst mich in deinem Leben gestanden Bist du tot, Dillith? Ja, er ist auch tot Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir, neben dir Trubber, da ist einer, du bist fast tot, aber da ist einer Ich bin tot Ja, Alex ist auch tot Der andere Mann wirds richten Der ist eine Frau Sein Outfit Alter, wo? Ich hab da ja Bruchstein Oh mein Gott, Alter Walsch, der denkt sich jetzt bestimmt auch so, was sind das für Kacknapps, Alter Ja, aber so wie er aussieht, ist er ein Kacknapp, Digga Ja, aber er reißt das grad für uns Weißt du, und ne pinke Waffel dazu, so will ich das sehen, ne pinke SG Vor allem zu dem Outfit Ja, passt doch, perfekt Wetten, das ist so ne Milf, die mal Dampf ablassen muss Digga, was ist das hier? Was macht er denn? Der soll doch nur noch den letzten da töten Er hört sogar, dass der eine vor ihm steht, ne? Er ist tot Warum nimmt der nicht ne andere Waffe? Keine Ahnung, das ist ne Milf, siehst du um Was sind denn da noch welche? Wie seh ich ein Ding? Achso, nicht beenden Was müssen wir die überhaupt hier machen? Nur die erledigen? Feind so, ne? Kann man sehen wie viel Leben der noch hat? Mir ist aber aufgefallen, dass die Gegner jetzt in so einer Mission viel mehr aushalten mittlerweile Ja, übrigens Weißt du, Wetten hat so ne, noch so ne Ultraschutzweste, die sieht man nur nicht Hinten das Schussloch Ey, guck mal, quer durch die Lunge, durchs Herz, weißt du Aber so, gerade durch Und der erlebt immer noch Der hat ne Schulter in den Nau, Alter, Kriegsverletzung Kriegsverletzung? Das ist deine Karre Marcel Ja, Mann Da bin ich gestorben Lauf mal da hin Mann, Alter, können wir nicht wenigstens noch ein Leben haben? Ja, ne, das hat man so Das hätte Lovely dann, Alter Ja, vor allem hätte er beide aufgebraucht Ah Also an beiden Stellen Ja, wer am Anfang da in so ein Kacktyp umgefahren hat Ich hab nichts gemacht Auf einmal kommt da so ein Typ eingefahren So ein schwarzer Hält an vor mir und fährt mich um Gerade als ich einsteigen wollte Ey, man kannst doch unter den Rohr gucken Von vorn Jetzt wieder Zeig mal, zeig mal Ja, zeig wie? Wie jetzt? Ne, jetzt nicht mehr, jetzt hockt sie nicht mehr Alter, das Video können wir echt nicht vergessen Ah, da liegt da, guck mal, da liegt da The Lovely Potato Alter, das dauert eeewig, Junge Guck mal da nicht, Alter, wie Jesus am Kreuz Die übel lachen noch Alter, Junge Den übel ab, der Typ Der kann doch mal einfach durchrennen Der hat doch eh... Guck mal, der hat doch... Warum verkackt der es nicht einfach? Ich sehe vor allem nicht sein Leben und so Guck dir den mal da unter Da ist Willett Ey, ihr haltet Händchen, oh wie süß Ach ne, das ist gar nicht Alex Das ist der Typ, der... Mir sieht's glaub ich ein bisschen anders aus Aber Willett liegt einfach da unter dem Steg Ja, ja Und neben ihm sitzt einer und hält Händchen mit Ich... Da sitzt mein dicke Karre, Alter Postmobil Ich lag auch irgendwo da unten Aber ich sehe mich selber Pass auf jetzt, Junge Gib Gas jetzt Gib Gas Was... Ne, du bist doch voll reingerannt Was war denn das, Alter? Erstmal bin ich mir hingefallen Und wo... Ich bin mir voll reingerannt Und durch die Gegend... Ach, er soll das Meth klauen, okay Er ist bei mir auch... Er ist bei mir auch... Er wurde durch die Gegend geschleudert, ne? Ja, genau Und dann ist es... Als er weg war, ist es explodiert Hä? Das ist ne richtig geile Folge, muss ich schon sagen Jetzt ist er nach unten gegangen, unter dem Steg Auf einmal war er auf dem Steg bei mir Ja, seine Internetverbindung ist wird just fucker Ja, guter Host, guter Host Ja, jetzt ist er nach unten... Ja, deswegen sind wir gestorben, jetzt Warum schwimmt das Meth auch? Ja, jetzt muss er noch zu Travers Wohnung fahren Boah... Boah, Alter Das ist nochmal ein ganzes Stück, ne? Alter Finne, ey Ja, geht Egal, wir kriegen Geld fürs Nichtstun, Freunde Wir kriegen Geld fürs Kommentieren Also, Arthard Du bist ab sofort YouTube-Fame-Legende, Digga Wir pushen dich auf Doom Die Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Arthard identifiziert Mission... Oh, ich drücke immer rechte Maustaste Nimmt er da eigentlich auch hier ein Oh, es kann doch nicht so schwer sein, ein Auto zu steigen und loszufahren Ja, man muss gucken, wo noch Gegner sind, weißt? Man muss ja Kills kriegen RP, ne? Will er jetzt hinlaufen, oder was? Rüber schwimmen Ich wollte auch grad sagen, warum schwimmt der nicht einfach? Der dauert ja auch nicht acht Jahre oder so, ne? Warum hat der nicht einfach das Wassermobil da genommen? Keine Ahnung Oh, da oben steht sein Auto, er stirbt Ach stimmt, der ist ja auch so geschanzt wie wir Hä, wie kann man rollen? Ja, rechte Maustaste und dann Leertaste Also zielen und Leertaste Pass auf jetzt Ein Schuss, dann ist Schluss Oh, oh, gute Ansage Digga, das war richtig gute Voraussage Aber hey, 2500, immerhin Das ist nice Ey, perfekte Folgeende, Junge Liebe Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge Schaut bei den Spacken vorbei Spacken 1, Spacken 2 Nein, Alter, guckt bei ihm bitte nicht Schaut nicht vorbei Schreibt nicht bei Döhle vorbei Die abonniert ihn, disliket das Video, alles Để noch wissen Leute, ich will nur sagen Das mit der Allianz war alles Stölys Idee Richtig In diesemarsi Sinne Tööööööö Frohes Schaffen Tööööööööööö Bis zum nächsten Mal.